Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch oder sogar ein Doppelpack. Zum einen haben wir jetzt die Helden der finanziellen Freiheit für den September. Das heißt, wir haben jetzt die Dividendeneinnahmen und den Marktwert der Finanzblogger 36, glaube ich, wenn ich es noch genau weiß. Und ihr wisst ja, hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Egal, ob ihr das Ziel habt der finanziellen Freiheit oder auch einfach nur in Anführungszeichen ein passives Einkommen beispielsweise eben aus Dividenden erziehen wollt. Und wir zeigen euch hier, seht ihr das Ganze bei den Helden der finanziellen Freiheit, dass das Ganze nicht nur in der Theorie funktioniert, sondern auch in der Praxis. Hier sind die versprochenen 35 Finanzhelden im September. Hier seht ihr dann ihre Dividendeneinnahmen hier in dieser Spalte und hier seht ihr dann beispielsweise, wie sich die Dividenden von Jahr zu Jahr positiv entwickeln. Das Ganze ist Realität. Das heißt, hinter jeder Zeile steht ein Mensch aus Fleisch und Blut. Die meisten von ihnen sind Finanzblogger. Und einen dieser Finanzblogger, den habe ich jetzt hier eingeladen zum Interview und den möchte ich euch mal vorstellen. Es handelt sich um den Benedikt Staffringer. Hier seht ihr ihn. Er betreibt einen Blog. Hallo, Ben. Hi. Freut mich, dass du hier bist. Und würde ich einfach mal sagen, stell dich doch mal kurz vor, so zu deiner Person. Wer bist du? Gerne, ja. Also erstmal auch von mir. Hallo und danke, dass ich hier sein darf. Habe mich sehr gefreut. Ja, ich bin der Benedikt. Ich bin 26 Jahre alt und ich beschäftige mich auch schon seit meiner Kindheit mit Aktien. Also intensiv seit 2011. Davor war ich schon, seitdem ich fünf Jahre alt bin, Aktionär gewesen. Aber lief alles nicht so gut. 2011 habe ich mich dann intensiver damit beschäftigt und habe mir ein ganz schönes Depot aufgebaut und habe irgendwann dann gesagt, hey, ich muss diese Leidenschaft über meine Aktien, über Dividendenaktien, vor allem, die muss ich mit der Welt teilen. Und da ist dann ein Blog draus entstanden, Dividende ohne Ende. Können wir uns jetzt mal hier, können wir jetzt mal einblenden. Hier ist er. Ich gehe vielleicht mal auf die Startseite, damit man das erstmal sieht. Und eins kann ich gleich sagen, also muss ich unbedingt loswerden. Vom Design her finde ich diesen Blog wirklich sehr gut gelungen. Also sieht richtig professionell aus. Da muss ich gleich mal die Frage loswerden. Hast du das irgendwo gelernt? Also bist du gelernter Designer? Überhaupt nicht, nee. Ich habe mir das tatsächlich alles immer selber beigebracht. Dividende ohne Ende war auch nicht meine erste Webseite. Ich hatte davor schon ein paar andere Projekte. So ein bisschen im Bereich Affiliate-Marketing. Ich habe da auch sehr viel gelernt und das, was ich gelernt habe, konnte ich dann da eben wieder umsetzen. Generell will ich dann auch eine Webseite für mich haben, die einfach halt schön zu bedienen ist, die jetzt nicht wirklich viel mit Werbung vollgeclustert ist. Einfach ein cleanes Design. Ja, und das war mir eben ganz wichtig bei der Webseite. Ja, man sieht halt hier auch wieder an dem Beispiel, ich sage immer, dass Aktionär oder so, das ist kein Beruf, den man jetzt irgendwie lernen muss. Das sind meistens jemanden, der langfristig investieren will, wenn im Gegensatz zu einem Trader oder so, da gehört schon ein bisschen Wissen dazu. Okay, aber das ist jetzt kein Fulltime-Job. Das heißt, die hält in der finanziellen Freiheit von mir vielleicht mal abgesehen. Also so wie du, Ben, die machen eigentlich noch was anderes nebenbei. Also die haben andere Hauptberufe und der Aufbau des passiven Einkommens, die Vermögensbildung, die langfristige, die läuft so, würde ich mal sagen, mehr oder weniger nebenbei. Bei den Helden der finanziellen Freiheit natürlich schon ein bisschen forcierter oder mit ein bisschen mehr Energie als bei einem normalen Investor. Aber nichtsdestotrotz, auch bei dir ist es ja jetzt nicht so, die Hauptbeschäftigung, dass du nichts anderes mehr tun würdest. Richtig, ja. Ja, und dann kann man, was du hier so erkannt, wenn man schon auf der Seite sind, weil sie ja so schön aussieht, du hast ja Unternehmensvorstellungen noch, wie hier Braunformen beispielsweise. Da kann man sich dann relativ schnell ein Bild machen über die Aktienvorstellung eben. Kann man noch hier Herzchen vergeben. War ich da schon mal drauf? Nee, das ist natürlich meine Bewertung, also wie viele Herzchen ich vergeben habe. Ah, okay, okay. Und dann sehe ich hier noch, gibt es noch einen Depotplaner hier, ne? Hast du dann auch schon mal was in Papierform veröffentlicht, ganz offensichtlich? Richtig, ja, jetzt endlich mal. Also, also richtig, richtig bei der Sache hier, unser Ben als Held der finanziellen Freiheit. Möchtest du auf der Webseite hier noch irgendwas zeigen, was ganz Besonderes? Also wichtig ist eigentlich generell, dass ich halt jede Woche ein Unternehmen vorstelle und da so halt ein bisschen in die Tiefe gehe. Wo kommen die her? Was ist deren Entstehungsgeschichte? Das ist mir immer ganz wichtig, weil das mir eben hilft, das Unternehmen ganz ehrlich zu verstehen. Es sind keine Analysen, definitiv nicht. Jeder Investor muss sich selber noch mal seine Meinung dazu bilden. Aber ich will einfach den Leuten da draußen ein bisschen zeigen, wie viele tolle Unternehmen es gibt, die halt eben langfristig im Kurs als auch nur Dividende steigen. Und ja, das ist so mein Ding. Ah, hier gibt es doch einen Schieberegler, wie viel man da spenden kann. Wie weit geht denn das? Da kriegst du ja einen Koffeinschock, wenn ich dir da 25 Euro überweist. Sorry, das kann ich jetzt nicht machen. Okay, dann würde ich doch mal vorschlagen. Eigentlich geht es ja hier nicht um Kaffee und Koffeinschock, sondern es geht ja hier zu zeigen, dass man wirklich mit langfristigem Investieren Vermögen aufbauen kann und dann auch einen zunehmenden Dividendenstrom generieren kann. Hier wieder die Helden der finanziellen Freiheit. Jetzt machen wir das Ganze mal ganz groß im Vollbildmodus. Ich bin ja jeden Monat dabei, die Zahlen hier zu aktualisieren. Einige von euch schicken mir das per E-Mail, andere, da gehe ich dann auf denen ihre Webseite und trage die Daten ein, weil sie eben veröffentlicht sind. Und alle Finanzblogger hier haben halt gemeint, dass sie ihre Daten veröffentlichen. Also was ihr hier seht, ist quasi eine Art Zusammenfassung und da seht ihr dann die Chronologie der letzten Jahre im Fall von Ben seit dem Jahr 2016, wie sich hier sein passiver Einkommensstrom aus Dividenden im Laufe der Jahre erhöht hat. Und es hat sich tatsächlich erhöht, weil ihr seht, dass die Balken, wir haben hier jeweils einen Monat, tendenziell immer höher werden, je weiter die Jahre quasi vorangeschritten sind. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel mache, hier der Februar ist schön, da hat ja der Ben beispielsweise im Jahr 2016 schon immerhin 63 Euro an Dividenden kassiert. Brutto, Ben, das sind Brutto, ja, 63 Euro und dann 103, nicht ganz doppelt so viel, das wären ja 124 gewesen, aber schon in der Richtung 100 Prozent fast, wenn wir ein bisschen großzügig rechnen, und dann von 103 auf 132 Euro und dann auf 177 Euro, also da schon fast, fast verdreifacht, von 2016 auf 2019. Und ihr könnt euch da mal angucken, wie das dann ansonsten so gelaufen ist. Und seit dem Jahr 2017, nee, 2018 kassiert Ben sogar in jedem Monat Dividende, nicht wahr? Das ist richtig, ja. Hier zum Beispiel der Juni, der war erst in 2016, dann in 2017 noch mau. Naja, dann erzähl doch mal, wie ist denn das so ein Gefühl, wenn du da jeden Monat jetzt Geld bekommst? So passiv, das ist ja passiv. Ja, definitiv. Es ist halt wirklich so eine schöne Belohnung. Du schaust auf sein Konto und siehst, hey, ich habe schon wieder Geld bekommen, dann schon wieder. Das macht dann schon Spaß. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe jetzt auch ein bisschen mein Depot umstrukturiert. Ich habe einige Aktien, die jetzt nicht mehr ganz so gut gelaufen sind, aussortiert. Deswegen gibt es bei manchen Monaten jetzt da nicht so die wunderschöne Steigerung. Aber ja, ich habe jetzt, also ich bin jetzt gerade aktuell in 30 Unternehmen investiert. Und die sind wirklich alle langfristig hervorragend, sowohl was den Aktienkurs angeht, als auch die Dividende. Kannst du da, sehr schön. Und hast du da ein bisschen drauf geachtet, dass die Monate gleichzeitig, gleich verteilt sind ungefähr? Das ist der Dividendenstrom oder ist das dir jetzt erstmal nicht so wichtig? Ja, aktuell ist es mir noch egal, weil ich sage, die ganze Dividende wird sowieso reinvestiert. Dann ist es mir egal, ob ich jetzt jeden Monat gleich viel bekomme. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich muss davon leben und ich will davon meine Fixkosten zahlen oder Sonstiges. Klar, dann muss ich da schon irgendwie schauen. Aber in meinem Fall ist das erstmal irrelevant. Das sind ja noch ein paar Jahrzehnte hin, bis dahin. Ja, und wer weiß, was du noch so alles machst, bis dahin, vielleicht brauchst du überhaupt kein passives Einkommen mehr, weil dein aktives Einkommen so groß ist. Ja, hoffentlich. Aber das schauen wir mal. Und es läuft dann über Aktiensparpläne oder über Einmalkäufe? Wie baust du das auf? Also ich habe ein paar Sparpläne, die laufen allerdings bei den ganzen ETFs. Bei Aktien, das mache ich alles auf einmal, Zahlungen immer. Genau. Ich habe jetzt auch seit diesem Jahr ein Konto bei Interactive Brokers. Da ist es natürlich dann auch super bequem, mal kleinere Aktienmengen zu kaufen, wenn die Transaktionskosten da eher gering sind. Da macht das dann Spaß. Ja, die Aktien habe ich nicht als Sparplan, nee. Das heißt, du machst das schon eine Nummer aktiver, sage ich mal, weil ein Unterschied zwischen Einmalkauf und Sparplänen besteht ja dann in den Orderkosten, je nachdem, bei welchem Broker man ist. Ein anderer Unterschied, vielleicht sogar noch der wesentlichere Unterschied, der ist, dass Aktiensparpläne, die richtest du ja einmal ein. Und danach läuft das Ganze ja automatisiert weiter. Das heißt, du kaufst, wenn der Aktienmarkt unten ist, kaufst du. Wenn der Aktienmarkt oben ist, kaufst du auch. Das war jetzt keine Absicht. Und diesen Cost-Average-Effekt zum einen nutzt man aus, dass man also günstig auch wieder nachkauft. Und zum anderen ist es so, dass man dann halt entspannter unterwegs ist und sich nicht immer erst die Frage stellen muss, ob jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt ist oder nicht. Jemand, der es halt ein bisschen sportlicher mag und dem Aktien vielleicht noch mehr Spaß machen, der geht hin und macht Einzelkäufe. Ich beispielsweise, Ben, ich mache beides. Also im Rahmen von dem Starter-Depot, das haben wir hier auch irgendwo. Das gibt es aber auch, wo haben wir das dann? Hier ist es, ich mache es mal kurz auf, ich zeige es mal kurz. Da sind wir mit Sparplänen unterwegs, also mit Aktiensparplänen. Das ist sogar schon, hier kommt auch gleich eine Zahl, ist sogar schon, also haben wir Mitte letzten Jahres angefangen mit 8.680 Euro ungefähr. schon relativ nett bestückt. Das ist also die entspannte Variante, wie man das machen kann und da hat man dann eben hier Aktiensparpläne. Ich habe dann aber auch noch andere Depots und dann mache ich es genauso wie der Ben. Jetzt muss ich mal wieder zurückgehen hier zu den Helden der finanziellen Freiheit und investiere da über Einzelkäufe. Genau. Jetzt bin ich hier kurz weg navigiert, da sind wir aber dann gleich wieder. Was auch noch interessant ist bei dir, Ben, jetzt haben wir ja gerade festgestellt, du bist sowieso schon so ein bisschen aktiver unterwegs, nicht nur, dass du eine hübsche Webseite hast und auch aktiv kaufst und sogar bei Interactive Brokers ein Depot hast. Da nochmal vielleicht, das ist ja sozusagen ein Profi-Depot, wenn man so möchte, bei Interactive Brokers. Da sind die Profis unterwegs, das sind meistens diejenigen, die nicht nur Aktien kaufen. Also ein Aktiensparplan, das bieten die nicht an, sowas langweiliger ist. Die bieten dafür aber ganz andere verrückte Sachen an, zum Beispiel Aktienoptionen und solche Geschichten. Und wenn ich jetzt nochmal auf dich draufklicke hier, das sieht man ja, vorhin haben wir nur die Dividenden gesehen. Und die Dividenden, die gehen ja alle nach oben. Also das gibt nie eine negative Dividende. Wenn ich jetzt hier mal die Dividenden ausblende, dann bleibt noch was anderes übrig. Und das sind die Optionen. Und bei Optionen, die können auch in die andere Richtung laufen. Und wir sehen, dass das in den meisten Monaten ist es bei dir ganz gut gelaufen. Wir sehen aber auch, dass es einen Monat gab, da war das nicht der Fall. Wirst du vielleicht mal ganz kurz, damit die Zuschauer eine Vorstellung haben, erklären, was du da eigentlich so treibst mit den Optionen und dann später, was dieser rote Balken zu sagen hat? Sehr gerne, klar. Also das Ding ist folgendes. Ich kaufe meine Aktien, ganz klar, das ist in meinem Depot. Und ich kann zudem bei Interactive Brokers auch Aktienoptionen darauf verkaufen. Das heißt, ich sichere jemandem ab zum Tag X, die Aktie bei dem Strike, keine Ahnung, bei meinem Wunschpreis zu nehmen. So, das sind allerdings immer 100 Aktien, die man dann auch nehmen muss. Deswegen hat man auch bei Interactive Broker ein Margin-Konto. Das ist alles ein bisschen komplizierter, man muss sich damit ein bisschen beschäftigen. Das ist kein leichtes Thema. Ich würde das auch nur Leuten empfehlen, die sich da wirklich mit beschäftigen können. Und die definitiv auch wissen, was sie tun. Und ja, das war so ein bisschen mein Fehler im März. Ich habe gestartet und ich habe, ich könnte, ich müsste es lügen, aber ich glaube, es waren 5000 Euro, die ich hinüberwiesen habe. Und habe damit schon zwei Optionen gehandelt. Weil ich auch gedacht habe, dass mein Depot von einer großen deutschen Bank, deren Namen ich es nicht sagen will, ja, das hat sich einfach ewig gezogen. Mein Depotübertrag, wäre der da gewesen, wäre dieser roter Balken definitiv nicht so. Dann wäre das alles kein Problem gewesen. Aber ich habe mich einfach nicht an die Regeln gehalten. Ich habe zu früh zu viel gehandelt. Und dann kam Corona, alles in die falsche Richtung gelaufen. Und ja, das war dann der rote Balken. Ich muss sagen, die ersten beiden Aktien, die ich ja damals als Kind bekommen habe, die waren auch nicht die besten. Es waren auch definitiv wichtige Learnings. Bei den Optionen, die ersten beiden Optionen waren es auch wichtige Learnings. und ab da ging es eigentlich ganz gut. Also deine Strategie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, du verkaufst Optionen erstmal klar. Du verkaufst meistens Short Puts, um dann eben, falls die Aktien fallen, und du verkaufst quasi Versicherung. Und dann, wenn der Aktienkurs fällt von diesen jeweils 100 Aktien, eine Stückelung von 100, so ein Kontrakt, wenn dann der Aktienkurs fällt und dann fällt dir so weit, dass quasi deine Versicherung ausgelöst wird. Und dann musst du sozusagen die Aktien zu diesem Preis nehmen. Oder du kaufst die Option zurück und dann realisierst du auch mal Verluste. Das ist so deine Strategie. Und wenn die aufgeht, also man sieht hier, da ist jetzt was schiefgelaufen. Also der Corona-Crash ist natürlich doof, dass der Depotüberwachs so lange gedauert hat. Dann war quasi die Marsch, dann dein Konto nicht so hoch, dass es das verkraftet hat. Und dann auch noch dieser blöde Crash. Aber prinzipiell ist deine Strategie die, dass du nicht nur passives Einkommen generierst aus Dividenden, sondern du sagst, ich gehe das Ganze noch ein bisschen aktiver an. Ich verkaufe auch diese sogenannten Optionen für Aktien, von denen ich auch, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich die dann auch tatsächlich nehme in meinen Depot, und wenn der Aktienkurs soweit fällt, wenn der Aktienkurs nicht fällt, dann habe ich ja wenigstens die Prämie. Und das Geld natürlich auch noch für die Aktien, weil ich habe sie nicht gekauft. Und dann geht das Spiel irgendwann von vorne los, so in der Richtung. Genau, richtig, ja. Und wie man hier sehen kann, in den Folgemonaten dann, also mal gucken, das war, das ist schon 2020. Ja, ich habe es erst ein bisschen langsamer angehen lassen, dann nach diesem Crash, sage ich mal. Ah, ich habe es übrigens falsch eingeblendet, das waren noch die Dividenden. So, das sind nur die Optionen. Dann sieht, hier sieht man jetzt nochmal schön, dass das war nur der erste Monat. Und dann, ab dann hast du quasi jetzt, verdienst du jetzt mit jedem Monat mehr, und hier hast du schon Optionscremien kassiert von etwas über 1.000 Euro. Und das jetzt alles für den Versicherungsverkauf von Aktien, die du im Falle eines Kurssturzes auch gekauft hättest. Hättest die einbieten lassen ins Depot dann, ne? Ja. Mit einem gewissen Buchverlust, aber das wäre ja dann dir quasi erstmal egal gewesen, weil du dann sagst, die Aktien, die nehme ich ja sowieso, die habe ich sowieso ins Depot genommen, jetzt sind sie drin, ne? Ja. Okay. Aber um nochmal hier dann die Kurve zu kriegen, so den Dividenden oder so ein bisschen in den Gesamtkontext zu stellen, nicht unbedingt empfehlenswert für Einsteiger, ne? Also Einsteiger sollten vermutlich eher das hier genießen, ne? Natürlich, klar, ja. Die Dividenden. Und da muss man ja auch sagen, es gibt ja auch sehr viele Aktien, also Dividenden-Aristokraten angefangen, aber noch sehr viele andere, die sehr solide Dividenden-Sahler sind. Und es ist eigentlich schon fast, mag jetzt ein bisschen, ja, mag jetzt vielleicht sogar ein bisschen arrogant klingen oder so, aber es ist schon fast, finde ich, no-brainer. Also sagen wir mal so, es ist keine Kunst, finde ich, ein Depot aufzubauen von qualitativ hochwertigen Dividenden-Sahlern, die ihre Dividenden langfristig steigern. Würdest du das unterschreiben, Ben, oder würdest du sagen, das ist doch eher eine Kunst? Nein, das ist nicht. Ich sage immer jedem, dass er mit offenen Augen durch die Welt gehen soll, und der findet überall tolle Investitionsmöglichkeiten. Ich meine, jeder mit einem iPhone rum, jeder hat Nike-Schuhe an, oder die anderen tragen Adidas, das ist auch ein Top-Unternehmen. Es gibt so viele Firmen da draußen, die wirklich top unterwegs sind, einfach an denen beteiligen und gut ist. Wobei ich da noch einen kleinen Zusatz machen würde. Also man sieht auch viel Lufthansa-Flieger in der Luft, je nachdem, wo du wohnst. Ja, ich wohne hier in der Nähe von Frankfurt. Wenn ich durch die Fußgängerzone laufe, da gibt es deutsche Bankfilialen und so. Also alleine der Alltag, das ist vielleicht noch, das mag ein guter Ideengeber sein, aber das sollte dann doch erst der Anfang der Suche sein. Und es ist dann schon ganz gut, das zum einen so zu machen, denke ich, wie du das machst, Ben. Du machst da schon so eine Unternehmensvorstellung. Das heißt, das geht schon darüber hinaus, über, ich habe hier eine Filiale gesehen und ich weiß, dass die eine Börsengesellschaft ist, also kaufe ich die mal. Und dann gibt es da noch den, man mag es mir verzeihen, den Aktienfinder. Ich wollte es kurz sagen. Genau. Und da haben wir hier den Screener hier. Und das ist ein quantitativer Weg dann das Ganze. Das heißt, da hast du dann gewisse Kennzahlen. Wenn du dann sowas siehst hier, das sieht dann hier steigende Dividenden seit vielen Jahren, steigende Gewinne seit vielen Jahren, dann weißt du, hier handelt es sich echt um erfolgversprechendes Unternehmen. Und ein bisschen muss man sich mit beschäftigen, ne Ben? Also das sage ich auch immer, Aktien sollten einem Spaß machen. und dann sollte einem auch Spaß machen, sich das ein oder andere Unternehmen eben anzugucken. Und in diesem Falle steht dem langfristigen Vermögensaufbau dann doch nichts mehr im Wege. Würdest du da nicken? Ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, das war das Interview. Dann bedanke ich mich bei Ben, dem einen Helden der finanziellen Freiheit von hier 35. Guckt euch Bens Seite gerne an. Schaut euch mal seine Dividendeneinnahmen an. Guckt auch gerne auf die Links beziehungsweise Webseiten der anderen Finanzblogger. Das ist hier alles verlinkt. Und lasst euch inspirieren. Dann wünsche ich euch noch ein gutes Gelingen bei eurem langfristigen Vermögensaufbau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Ben. Ciao.